Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute mal mit Facecam, da ich die Möglichkeit jetzt habe, würde ich das einfach mal ausprobieren wollen, ob es die Videos etwas, ja, interessanter macht, als wie nur Standbilder manchmal zu zeigen. Und genau, das probieren wir einfach mal mit dem Video jetzt aus hier. Thema heute ist natürlich am 4.7. der Todestag von Katsuki Takahashi, der sich heute zum ersten Mal jährt. Und ich dachte mir, weil der Kanal ja auch sehr auf Nostalgie und so die vergangenen Sachen aus ist, schauen wir einfach mal in eine fast 20 Jahre alte Bansai-Ausgabe rein. Denn dort hat man, also hat Carlson Comics damals mit ihrer Bansai-Geschichte hier, ein fantastisches Interview geführt mit Katsuki Takahashi. Und das würde ich heute mal mit euch durchgehen wollen. Da sind nämlich ein paar interessante Antworten von ihm drin. Und unter anderem auch eine Top Ten seiner Lieblingsmonster-Karten. Ja, das passt natürlich sehr schön, weil man das auch immer wieder auf YouTube findet, wenn verschiedene Leute ihre Top Ten vorstellen. Und ja, mal vom Meister persönlich die Top Ten zu sehen, ist denke ich auch eine ganz spannende Sache. Und ja, generell würde ich das heute auch mal nicht so super fröhlich, aber auch nicht super traurig gestalten wollen, sondern versuchen neutral durch. Wie gesagt, das ist ja jetzt kein besonders tolles Ereignis gewesen letztes Jahr, das Ableben. Und ja, von daher wollen wir es heute mal etwas ruhiger angehen lassen als sonst. Und ja, fangen wir einfach mal direkt an. Also hier habe ich das einfach mal rauskopiert, die ganze Geschichte. Und um das besser zeigen zu können mit dem Anzoomen. Und ja, ich bin hier oben auch zu sehen. Sehr gut. Genau, also fangen wir gleich mit dem Interview an. Also soll ich alle Fragen vorlesen oder nur bestimmte... Ach, ich nehme mal einfach ein paar. Als sie mit Yu-Gi-Oh! angefangen haben, was war da ihr bevorzugtes Thema? Freundschaft, die Verbindung zwischen zwei menschlichen Wesen. Ja, das merkt man ja im Manga immer wieder sehr deutlich. Haben sie beabsichtigt, dass sich Yu-Gi-Oh! auf Kartenspiele oder irgendeine andere Art von Spiel spezialisiert? Ich wollte einen Kampfmanga mit Spielen als Hauptthema zeichnen. Aber ich hatte keine Ahnung, dass Kartenspiele der Schwerpunkt werden würden. Die Kartenepisode war ursprünglich als einzelne Geschichte geplant. Aber sie löste eine so große Reaktion bei den Lesern aus, dass sich die Idee erweiterte. Und ja, das ist ein sehr interessantes Detail, was vielleicht die Jüngeren von euch nicht wissen. Dass das ganze Kartenspiel tatsächlich nur mal so eine Episode in dem ganzen Manga sein sollte. Ja, generell ging es ja auch um andere Brettspiele und andere weitere ausgedachte Spiele von Herrn Takahashi. Und das wäre der eigentliche Schwerpunkt gewesen. Die unterschiedlichsten Spiele mit dem Spiel der Schatten halt zu spielen. Und ja, das Kartenspiel kam aber so gut an bei den Leuten, dass dann tatsächlich immer mehr halt die Karten auch tatsächlich umgesetzt wurden. Anfangs nur als Merchandise-Artikel und dann später halt auch als richtiges Spiel, so wie wir es dann später kennengelernt haben. So, hat die Umsetzung des im Manga beschriebenen Spiels in ein echtes Kartenspiel Probleme bereitet? Im Manga mussten die Regeln im Dienste der Geschichte vereinfacht werden. Ich denke, das ist klar. Ich glaube, dass im Manga nicht das Kartenspiel selbst, sondern die Charaktere, die ihr spielen, beschrieben werden müssen. Ja, genau so ist es ja auch. Der Manga soll natürlich in erster Linie die Geschichte erzählen, die Charaktere einen näher bringen und weniger jetzt auf irgendwelchen Regeln herumreiten. Ist klar, dass die Regeln damals auch noch nicht so ausgefeilt waren. Und gerade weil es ja nur als eine Episode geplant war, da würde ich natürlich auch nicht jetzt ein komplettes Regelbuch schreiben, damit man dann in einer Folge von dem Manga dann so ein Kartenspiel halt zeigt. Also ist absolut verständlich, dass das natürlich auch nicht so ausgearbeitet war. Hat sich das Kartenspiel im Manga geändert, nachdem sie wussten, dass das Spiel nun auch wirklich existiert? Ich glaube nicht, dass sich viel verändert hat. Wichtig ist, ob die Karte zum Charakter passt oder nicht. Die Karte dient als Repräsentation der Persönlichkeit, des Denkens und der Strategie des Charakters. Und das ist so eine der wichtigsten Aussagen in diesem Interview, wie ich finde. Weil man findet es ja manchmal so im Internet, bei den Memes ab und zu mal, die Oldschool-Spieler werden dann immer so hingestellt, wie sie da ihr Deck zusammenstellen, nach ihrer Persönlichkeit entsprechend angepasst und so weiter. Aber genau das ist ursprünglich mal der Grund gewesen. Und genau nach diesem Gesichtspunkt wurden halt auch viele Decks und Karten designt. Also von daher ist dieses Denken, dieses Deckbauen nach eigenen Interessen oder vielleicht auch nach Charaktereigenschaften eigentlich sehr nah an dem dran, was Takahashi damals damit eigentlich so sich gedacht hatte. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, das muss man natürlich auch dazu sagen. Also irgendwelche Decks nach den eigenen Interessen zu bauen, war immer super lustig. Die ganzen Lieblingskarten, die man hatte, egal ob das jetzt der Blau-Weiße-Tracher war und oder, was weiß ich, Jinso oder so, die konnte man irgendwie alle in ein Deck bringen, was man auch spielen konnte. Es war nicht immer der stärkste Deck vielleicht, aber es war immer ein, ja, funktionierendes Deck, sage ich mal. Heutzutage geht das ja gar nicht mehr mit den Themen-Decks. Also pack mal in, also ich kastiere, ist ja momentan sehr beliebt, pack da mal den Weißen Drachen rein. Ja, also macht niemand, logischerweise. So, gibt es außer Yugi's Namen noch mehr Namen mit besonderer Bedeutung? Die Frage ist nicht so interessant, aber komm, wir nehmen sie mit. Die erste Silbe von Yonichi kommt von Yucho. Ich weiß nicht, wie man das japanisch ausspricht. Anmerkung der Redaktion, japanisch für Freundschaft. Kaibas Familienname Seto ist von der altägyptischen Gottheit Seto abgeleitet. Okay, naheliegend, wenn man es weiß. Aber ich hätte jetzt tatsächlich auf irgendetwas japanisches getippt. Seto, das klingt, also ja, hätte auch was japanisches sein können. Okay. So, oh, ich habe hier unten ein bisschen was abgeschnitten. Da schaue ich gleich in das Magazin rein, mache mal was, die nächste Frage. Yugi hat die Henshin, die Verwandlungsfähigkeit, aber abgesehen von ihrem Ausdruck und ihrer Persönlichkeit sehen beide Yugis gleich aus. Haben sie jemals darüber nachgedacht, Yugis alter Ego anders aussehen zu lassen als Yugi? Daran habe ich nie gedacht. Es gibt zwei verschiedene Persönlichkeiten in Yugi, aber er verwandelt sich nicht wirklich. Ja, es kommt nicht ganz so deutlich hier heraus. Tatsächlich ist es so, irgendwo in einem anderen Interview, was ich leider nicht mehr finde, war es nämlich nochmal so, dass es ein bisschen genauer erklärt wurde. Wir sehen ja den Unterschied, ob jetzt der, ja, der normale Yugi oder Yami-Yugi jetzt gerade aktiv ist. Ja, der ist ja auch ein bisschen größer und sieht ein bisschen erwachsener aus als der eigentliche Yugi. Und das ist tatsächlich nur ein Stilmittel, um dem Leser oder dem Zuschauer zu zeigen, welcher der beiden Persönlichkeiten jetzt gerade aktiv ist. Aber in der Geschichte selber sehen die Charaktere keinen Unterschied. Das vielleicht nochmal so kurz als Erklärung. So, und weil ich den Rest jetzt hier leider so blöd, wie ich bin, abgeschnitten habe, muss ich das nochmal eben schnell selber raussuchen. Hier die unterste Geschichte. Okay, so viel fehlt da gar nicht. In Yu-Gi-Oh! gibt es viele einprägsame Schurken. Welche sind ihre Lieblinge? Was ist am wichtigsten für einen guten Bösewicht? So, und die Antwort geht gleich oben weiter. Ich bin versessen auf Kyber und vielleicht Bandit Keith. Wenn man Schurken erschafft, ist es sehr wichtig, ein paar menschliche Züge einzubauen, damit sie nicht als vollkommen böse erscheinen. Ob böse oder nicht, wird von anderen beurteilt. Und aus anderen Perspektiven könnte böse auch gut sein. Ja, da sehe ich das aber bei, okay, bei Kyber und Bandit Keith, okay, da geht das auch noch. Bei Pegasus finde ich es zum Beispiel auch sehr gelungen. Also den nenne ich jetzt nicht, weil es mein Lieblingscharakter ist, sondern weil er, also er ist mein Lieblingscharakter, weil diese Beschreibung jetzt gerade am besten auf ihn passt. Also ob Pegasus böse oder gut ist, klar, er macht böse Dinge. Gerade im Manga ist es noch ein bisschen extremer, wie er da mit Mokuba und so weiter umgeht. Und mit Bandit Keith, okay. Aber man kann zumindest, ich gehe jetzt mal eher auf den Anime, zumindest im Anime kann ich seine Motive dann im Nachhinein sehr gut nachvollziehen. Das hat für mich sehr gut funktioniert. Interessanter Bösewicht, der nicht unbedingt einfach nur böse ist und das war es, sondern ja, wie gesagt, man bekommt ja seine Vorgeschichte so ein bisschen. Wie kam es zu dem und dem und was wurde daraus? Und das ergibt das. Man konnte Pegasus, finde ich, sehr gut verstehen. Wenn ich im ABC da genauso gehandelt hätte, sei es mal dahingestellt. Aber es ist für mich ein sehr gelungener Bösewicht in dem Falle und für mich der interessanteste Charakter und deswegen auch mein Lieblingscharakter. Bei Kaiba gehe ich auch noch mit und bei der Kief habe ich ja gerade gesagt. Ich finde aber, diese Beschreibung passt dann überhaupt nicht mehr auf Marek und Bakura. Die zwei, ja, die haben auch ihre Motivation. Die kommt auch so im Manga mal vor in dem Anime, aber ich finde, die zwei sind sich erstens mal zugleich irgendwie. Also Bakura kommt mir immer vor wie so ein Abklatsch von Marek, so rein von der Optik her. Und beide kommen mir eigentlich immer nur als einfach nur Böse rüber. Ja, was wollen sie? Sie wollen einfach nur Böses. Sie wollen dem was Böses und die Welt erschafft oder die Welt vernichten und bla und das Böse beschwören. Und also die fand ich ehrlich gesagt eigentlich eher platt. Ja, aber vielleicht ist es auch bloß meine Ansicht. Also die zwei Bösewichte fand ich dann eher weniger spannend und gerade Marek gegen Ende des Battle City Turniers, auch im Manga jetzt, würdet mich eigentlich eher ein bisschen an, wenn ich ehrlich bin. Also da fand ich es eigentlich nicht mehr ganz so gelungen. Woher hatten sie die Idee zu Yugi's Haaren? In erster Linie sollte die Frisur originell sein und den Eindruck von Power vermitteln. Außerdem sagt man, dass der erste visuelle Eindruck nach der Geburt die Form der eigenen Handfläche sei. Deshalb ist das Design von Yugi's Haaren einer Hand nachempfunden. Okay. Ich glaube die meisten hätten eher auf eine Ananas-Ose getippt. Wie würden sie Bakuras Persönlichkeit beschreiben? Mit seiner gespaltenen Persönlichkeit scheint er einer der komplexesten Charaktere zu sein. Okay, das widerspricht jetzt gerade so ein bisschen dem, was ich vorhin erzählt habe bezüglich der Bösewichte. Aber komm, wir gehen weiter rein. Bakura wird durch den Einfluss des Millennium Rings vom Bösen beherrscht. Der dunkle Bakura versucht, alle Millenniumsgegenstände zu sammeln, um die Macht der Dunkelheit zu erlangen. Er würde sogar Leute umbringen, um dieses Ziel zu erreichen. Er könnte sich als Yugi's härtester Gegner erweisen. Ich weiß jetzt nicht, warum Takahashi hier, er könnte sich als Yugi's härtester Gegner erweisen, gesagt hat, war 2003 der Manga noch nicht zu Ende? Das hätte ich eigentlich vorher nochmal nachschauen sollen. Das klingt zumindest so ein bisschen so, als wenn die Geschichte hier noch gar nicht so abgeschlossen wäre. Weil, ja, wir wissen ja alle, wer dann so der letzte große Bösewicht ist. Das ist ja Bakura und er wird ja dann der härteste Gegner. Oder wollte man einfach noch nicht zu viel verraten, weil der Manga bei uns noch nicht raus war und die Serie noch nicht so weit war? Kann sein. Ja, also das würde ich zu 100% auch so unterschreiben. Mir gefällt der Werdegang von Kaiba sehr, sehr gut. Seine Charakterentwicklung kann ich gut nachvollziehen. Und ist einer der Highlights der Geschichte, würde ich sagen. Gefällt mir mit am besten. Ist einer der interessantesten Charaktere, für mich zumindest. Zu den beeindruckendsten Dingen in Yu-Gi-Oh! zählen die vielen eigenartigen und einfallsreichen Monster. Wonach richten sie sich, wenn sie Monster erschaffen? Eine sehr interessante Frage. Ich gestalte die Monster so, dass sie dem Inneren der Charaktere Form verleihen. Ich glaube, dass selbst das Herz, die Seele, die innere Essenz eine Form hat. Okay. Weiter runter geht es nicht. Okay. Wie viele Monster haben sie ungefähr entwickelt? Ich habe sie nie wirklich gezählt, aber ich habe alle Monster, die in meinem Manga auftauchen, selbst gestaltet. Das ist auch nochmal so ein kleiner Punkt. Es gibt ja die Leute, die die Original-Artworks von Kazuki Takahashi sammeln. Also die Karten, wo auch seine Unterschrift zu sehen ist auf dem Bild. Und ja, wenn man eine wirklich vollständige Sammlung seines Schaffens sein möchte, dann bräuchte man theoretisch sehr, sehr viel mehr Karten. Also quasi alle Monster, die im Manga auftauchen. Und da ist wieder das Problem, dass nicht alle Monster umgesetzt wurden als Karten. Ja, ich hatte in einem Video ja auch schon erwähnt, dass Arcana diesen Kürbismann spielt. Also da taucht nicht mal der Name auf, was es überhaupt sein soll. Und den hat man ja auch bis heute nicht umgesetzt. Genau. Ja, super. Und die letzte Antwort ist wieder abgeschnitten. Habe ich wieder ganze Arbeit geleistet. Wo es eigentlich auf dem Foto so aussah. Es sei vielleicht auch noch anzumerken, ich habe nicht das komplette Interview jetzt genommen. Ich habe wirklich nur ein Drittel davon. Ja, vielleicht kann man ein anderer mal weitermachen. Aber es würde auch sonst zu lange dauern. Ich fand, das waren jetzt somit die interessantesten Fragen. Genau. Ich kann erst hier weiterlesen. Haben Sie zum Abschluss noch eine Botschaft an die Fans? Das Thema von Yu-Gi-Oh! ist das Band, das einen Menschen mit einem anderen verbindet. Und ich wäre glücklich, wenn ihr auch nur einen einzigen Freund durch Karten und Spiele gewinnt. Ein sehr schöner Abschlusssatz, wie ich finde. Denn ich glaube, wir können dem alle beipflichten, dass es einer der absoluten, ja, positiven Punkte bei Yu-Gi-Oh! ist, dass wir dadurch natürlich viele Leute kennengelernt haben. Dass wir uns seit 20 Jahren mit diesem Thema, mit diesem Kartenspiel beschäftigen, spricht ja eigentlich auch für sich. Und es haben sich ja auch noch andere Sachen daraus entwickelt. Ja, der eine sammelt es nach wie vor leidenschaftlich. Der andere spielt es nach wie vor leidenschaftlich oder fängt jetzt erst an. Der nächste hat dadurch wirklich viele Leute wieder kennengelernt. Ich denke gerade da auch an meine Schulzeit, wie viele verschiedene Menschen man dann plötzlich kennengelernt hatte. Ja, vorher war jede Klasse ja so für sich. Und als es dann mit Yu-Gi-Oh! losging, hatte man mit so vielen anderen Klassen oder Leuten aus den anderen Klassen zu tun in der Pause und hat die dann kennengelernt und gemacht und hatte dann viele neue Kontakte nur über dieses Spiel. Also an der Stelle kann man nur sagen, Herr Takahashi, da haben sie, ja, ganze Arbeit geleistet. Hat komplett funktioniert für viele Leute. Genau, und jetzt kommen wir zum Schluss nochmal zu der Top Ten. Ich überlege gerade, ja gut, ich decke das jetzt nicht extra noch irgendwie ab. Das wird so umständlich. Und einige kennen es ja bestimmt schon. So, das ist dann nämlich die Top Ten-Liste von Herrn Takahashis. Ja, zehn Monster-Karten, die er am liebsten hatte zu der Zeit. Und da schauen wir mal rein. Okay, Gaia, zorniger Ritter auf Platz 10. Auch da habe ich wieder was abgeschnitten. Da stand dann aber, glaube ich, ich mag ihn, aber man bekommt Schmerzen im Hintern beim Zeichnen oder so ähnlich. Moment. Ich mag ihn, aber man kriegt Schmerzen im Hintern beim Zeichnen. Ja, genau. Also, es hat wahrscheinlich etwas länger gedauert, Gaia zu zeichnen. Und, ja, gut, ich kann es mir vorstellen, diese ganzen kleinen Details. Und das fährt noch dazu. Das jedes Mal im Manga. Ich habe es schon so manches Mal beim Manga gedacht, bei einigen Bildern. So, boah, das muss ja ewig gedauert haben, das zu zeichnen. Und, Mann, was für eine Arbeit. Platz 9. Zeitzauberer. Eigentlich ist es eher eine Magie als eine Monsterkarte. Aber, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, da hat er auch recht. Den Zeitzauberer spielt man, glaube ich, meistens nur wegen seinem Effekt. Und zwar auch nur in dem Moment, wo man ihn dann wirklich schnell anwenden kann. Also, ich glaube, es gibt kaum eine Situation, wo jemand ihn zum Verteidigen spielt oder erst mal raushaut. Und, äh, so, da bin ich wieder kleine Unterbrechung. Ich dachte, es hatte geklingelt. Und tatsächlich, es hat geklingelt. Die Post hat eine neue, schöne Karte gebracht, die ich dann bei Gelegenheit vorstellen werde. Genau, wir waren beim Zeitzauberer stehen geblieben. Ja, stimmt, der wird eigentlich mehr wie eine Zauberkarte eingesetzt. Weil man die ansonsten eigentlich weder zum Angreifen noch zum Verteidigen benutzt. So, die Nummer 8. Exodia, die Verbotene. Ja, Exodia, die Verbotene, ähm, ist ja logischerweise, oder wer sich ein bisschen beauskennt, weiß, dass es natürlich, äh, Osiris-Anspielung ist, sage ich mal. Ich stehe ja auch an hier, äh, die Karte beruhen. Diese Karten beruhen tatsächlich auf dem Mythos. Ja, also, Osiris wurde ja auch zerteilt und seine Körperteile überall versteckt in Ägypten und so weiter. Und mussten dann wieder zusammengetragen werden. Und daran angelehnt ist natürlich Exodia. Auf Platz Nummer 7, das schwarze Magelmädchen, weil es nicht so viele weibliche Monster gibt. Ach, zu der Zeit war das tatsächlich noch so. Ich glaube, inzwischen ist das komplette Gegenteil der Fall. Also, wie viele mädchenartige Yu-Gi-Oh-Karten es inzwischen gibt, ist ja Wahnsinn. In irgendwelchen Kostümchen und tralala, auf niedlich gemacht, auf cool gemacht. Und, also, ich habe auch eine, nee, ich habe sogar zwei Seiten in meiner Sammlung voll mit weiblichen Charakteren inzwischen. Also, da hat sich inzwischen was getan. Aber man könnte es langsam auch ein bisschen wieder zurückfahren, wie ich finde. So, auf Platz Nummer 6, Busterblader. Als diese Karte in Japan beworben wurde, gab es eine Werbung mit sehr coolen Computer-Animationen. Habe ich nie gesehen. Keine Ahnung, was es da für eine Werbung zu gab. Aber diese eine Karte wurde beworben. Diese einzelne Karte, cool. Müsste man echt mal nachschauen. Platz Nummer 5, Pantherkrieger. Der Touch von US-Comic ist sein Bonus. Na, das stimmt allerdings. Der Pantherkrieger erinnert tatsächlich an diese amerikanischen Comics. Platz Nummer 4, rotäugiger blauer Drache. Ich finde, das ist ein cooles Monster. Das finde ich auch. Habe ich in einem anderen Video auch schon gesagt, dass ich den irgendwie cooler finde, als den blauäugigen weißen Drachen. So rein von der Optik her. Und den habe ich auch mal sehr gerne gespielt. Und ist bis heute so eins meiner Lieblingskarten. Taucht aber, glaube ich, nicht in der Top-10-Liste auf, die ich letztens gemacht habe. Drittens, Koribu. Was soll der Ausdruck in seinen Augenbus bedeuten? Keine Ahnung, knüttelt mich. Platz Nummer 2, dunkler Magier. Das japanische Originaltitel, schwarzer Magier. Er ist immerhin die Hauptcharakterkarte. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Natürlich ist der dunkle Magier gerade deswegen so beliebt, weil er natürlich Yugi seine, ja, Charakterkarte ist, sage ich mal. Und auf Platz 1, jetzt wenig überraschend, der blauäugige weiße Drache. Es gibt immer noch kaum ein Monster, das ihn schlagen kann. Ja, zu der damaligen Zeit tatsächlich, glaube ich, immer so mit das stärkste Monster von der ATK her gewesen. Und bis heute ist er zumindest das stärkste normale Monster. Also es gibt, glaube ich, kein normales Monster, was mehr als 3000 ATK hat. Das hat Konami tatsächlich bis heute beibehalten, was ganz cool ist. Genau. Ja, das wäre die Top 10 von Katsuki Takahashi gewesen. Und wir wären dann auch so am Ende des Videos. Ich hoffe, das mit der Webcam hat so ein bisschen das Video vielleicht auch aufgewertet. Da kann man auch mal über andere Sachen so nebenbei reden. Da muss ich mir nicht mal überlegen, was ich einblende. Es gab schon manchmal so Themen, wo ich dachte, da würde ich gerne mal drüber reden. Aber was soll ich dann einblenden? Irgendein Standbild die ganze Zeit? Soll ich das irgendwie durchwechseln? Soll ich im Hintergrund Duel Links laufen lassen? Das fand ich alles ein bisschen blöd. Und ich dachte mir, man könnte das ja mal ausprobieren mit der Facecam. Das macht sich vielleicht auch in anderen Videos ganz gut, wenn man zum Beispiel die alten Yu-Gi-Oh!-Sets nochmal bespricht. Dass man da dann halt zumindest oben am Rand hier die Facecam hat. Das würde ich einfach mal ausprobieren bei zwei, drei Videos. Hier könnt ihr mal eine Rückmeldung geben. Ob es das wirklich so ein bisschen, das Ganze so ein bisschen auflockert und ja, ob ich da mit weitermachen soll oder ob ihr sagt, nee, also macht jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Lass es weg. Genau, das wäre vielleicht auch nochmal ganz witzig. Genau, das wäre die Premiere der Facecam gewesen. Ja, zum Schluss bleibt eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank Katsuki Takahashi für dieses tolle Franchise, was sie da erschaffen haben. Leider, leider, letztes Jahr unter wirklich schrecklichen Umständen halt von dieser Welt gegangen und heute schon der erste Todestag. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ja, Ruhe in Frieden und wir werden mal schauen, wie es mit Yu-Gi-Oh! weitergeht und was wir demnächst noch so erleben werden mit Konami. Weil ich kann mich daran erinnern, mal gelesen zu haben, dass Katsuki Takahashi tatsächlich auch relativ viel Einfluss in einigen Bereichen zumindest noch hatte. Ein Punkt, weiß ich noch genau, wurde gesagt, wegen den Preisgeldern, ach, jetzt kommt hier so sonnenervig, wegen dem, also dass ja immer wieder mal bei Turnieren gefordert wurde, dass es halt auch Preisgelder gibt. Und da hieß es dann, glaube ich, auch immer so, das möchte Herr Takahashi nicht. Er möchte, dass es bei, ja, Preiskarten bleibt. Was ich eigentlich auch sehr cool finde, weil, ich glaube, es war auch seine Begründung, weil es geht um die Sache an sich, um den Erfolg, um dieses Erlebnis, dieses Event, nötigstes Kartenspiel an sich und dass man dann halt als Preis eine besondere Karte bekommt. Damals waren die ja tatsächlich auch noch besonders. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht über diese besonders seltenen und starken Yu-Gi-Oh! Karten. Zum Beispiel Ulevo fällt mir ein, ja, eine Karte, die wirklich nur zweimal produziert wurde. Man weiß auch nur, dass sie existieren, weil sie tatsächlich mal bei einem Turnier verliehen wurden an den Sieger. Und ja, aber der Verbleib ist tatsächlich bis heute unbekannt. Man weiß nicht, wer diese Karte hat, was sie inzwischen wert sein könnte. Und ja, das ist eigentlich eine tolle Sache gewesen, dass es damals solche richtig schicken, seltenen Preiskarten gab. Inzwischen gibt es ja nur noch, ja, es gibt auch noch Preiskarten jetzt, die finde ich aber relativ unspektakulär. Und diese Trophäen, die ich ein bisschen hässlich finde, wenn ich ehrlich bin, also naja. Ja, aber schön, dass es immer noch so ein bisschen beibehalten wurde, dass man keine Preisgelder ausschüttet. Ja, also da hat auf jeden Fall, das hatte ich, ich müsste es nochmal rauszuholen, ich habe das aber gelesen und fand das wirklich klasse, dass da Herr Takahashi wirklich darauf bestanden hat, dass man da wirklich jetzt keine Preisgelder ausschüttet, dass es nicht um Geld gehen soll bei der ganzen Sache. Das fand ich eigentlich eine ziemlich gute Geschichte. Und auch noch ein paar andere Dinge hat er hier und da so ein bisschen mitbestimmen können. Ich meine auch, welche Karten released werden. Zum Beispiel die vierte Götterkarte Horachty. Ich meine, da hieß es auch mal, dass Katsuki Takahashi nicht wollte, dass die irgendwie nochmal geprintet wird oder so. Das sollte halt wirklich so ein besonderes Kärtchen sein für dieses Preisverschreiben oder was es damals gab, um die Karte zu bekommen. Und ja, mal schauen, wie das da jetzt so weitergeht, ob sich da irgendwas lockert, ob sich irgendwas bessert, ob man überhaupt da jetzt einen großen Unterschied merkt, weil bisher hat Konami das Ganze ja auch relativ gut verwaltet. Es gibt ein paar Sachen, die man bemängeln kann. Das hat aber jetzt weniger mit dem Schöpfer an sich zu tun. Und ja, da müssen wir mal schauen, was die Zukunft so bringt. Genau. Genau, das sollte jetzt erstmal so ein bisschen das Video zum, ja, Todestag sein, der sich zum ersten Mal halt jährt, dass man mal so ein bisschen auf den Schöpfer von Jogio selber geschaut hat. Und ich denke, das war ganz interessant mit dem Interview. Wie gesagt, das war nur ein Drittel davon. Ich wollte jetzt nicht alles vorlesen. Vielleicht kann man da nochmal was hinterher schieben. Das Video ist ja auch schon lang genug, wie ich sehe. Und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir das für heute. Ich bin mal auf eure Rückmeldung gespannt. Bis die Tage, macht's gut und ciao, ciao.